Florian Koller, du beschäftigst dich mit Astrologie. Wie bist du euch dazu gekommen? Ursprünglich war eigentlich ein verwirrtes Dasein der Grund, warum ich zur Astrologie gekommen bin. Ich habe mich schon vorher mit spirituellen Themen auseinandergesetzt, habe verschiedene Bereiche mir angeschaut und bin nachher schlussendlich bei der Astrologie gelandet, weil die Art, sie selbst zu finden, mir am meisten greifbar war und mir am meisten geholfen hat, wirklich essentielle Dinge in meinem Leben besser zu verstehen. Die Art von Astrologie, die ich betreibe, ist sehr persönlicher. Es werden Geburtshoroskope erstellt. Mit dem Geburtshoroskop wird jetzt keine Analyse betrieben im Sinne von, was passiert in Zukunft. Es werden keine Prognosen, ich mache keine Wahrsagerei, ich bin kein Orakel. Ich kann den Menschen helfen, ein Stück zu seiner inneren Wahrheit zu kommen. Besser zu verstehen, was wirklich seine Anlagen sind, was wirklich seins ist. Ich kann helfen, ein Stück in die Richtung der inneren Wahrheit des Horoskop-Trägers zu rücken. Also zumindest zu inspirieren, zu helfen. Also Astrologie, die Art der Astrologie, die ich mache, soll nicht faszinieren. Sie soll inspirieren. Es soll inspirierend sein, man soll Bestätigungen kriegen, weil oft ist es so, dass man bei einem Astrologie-Gespräch nicht für neue Dinge hört, sondern besonders umso länger man schon auf der Welt ist, hat man schon viele Gedanken gehabt und viele Gefühle und da gibt es kaum Neues, was ich herausfinde. Oft ist es so, dass man halt in eine Richtung geführt wird. Astrologische Orientierung finde ich ein wunderschöner Begriff, weil das soll es sein. Es soll eine Orientierungshilfe sein. Es soll helfen, das zu bestätigen, was man ihnen anspürt, beziehungsweise leicht herausfinden, was wirklich seins ist und was net seins ist. Grundsätzlich ist Geburtsradix eine Abbildung der Planeten zum Zeitpunkt der Geburt. Es ist eine grafische Abbildung von naturwissenschaftlichen Fakten. Man kann nachher, was wiederum die Anlagen repräsentiert von dem Horoskop-Eigner, und man sehen kann und nachsehen kann, wo gewisse Aspekte sie entwickeln möchten. Man kann halt immer alles haben und dadurch mit der Auseinandersetzung das Geburtshoroskop erkennt man, wie gerecht das Leben ist, weil was man auf der einen Seite net hat, hat man auf der anderen Seite und hilft einem für sein persönliches Lebensweg. Es wird die Individualität sehr deutlich und es wächst ein Bewusstsein und Verständnis für sein eigenes Sein und aber auch für das Sein von anderen Menschen, von seiner Familie und Partner, aber auch für gewisse Rhythmen im Leben. Mir ist es auch wichtig, vielleicht auch der Jugend ein bisschen Unterstützung anbieten zu können, weil man mit dem Blick ins Horoskop relativ schnell einen Weg sehen kann, wo gewisse Ausbildung, um eine Bestätigung zu finden, gerade wenn es zwei Möglichkeiten gibt und man sich nicht entscheiden kann, beziehungsweise wenn Familie so viel Einfluss hat, dass man was machen muss, was man eigentlich gar nicht macht, ist da die Möglichkeit da, einfach Bestätigung zu holen. Weil jeder Mensch hat seine eigene Dynamik und seine eigene Geschwindigkeit und oft ist das sehr unterschiedlich, braucht man Zeit, aber das Leben ist in Bewegung und das geht immer weiter.